Hallo, ich bin Marco für AuthenticGermanLearning.com. Viele von euch haben mich gefragt, Marco, wie lerne ich Satzstruktur? How do you learn word structure in a sentence? Wie lerne ich, welches Wort wohin gehört in dem Satz? How do you learn which word I put where in the sentence? Und es ist auch wahr, dass die deutsche Sprache eine sehr komplizierte Grammatik hat, a very complicated grammar. Und es ist manchmal nicht ganz einfach zu sehen, wie die Wörter geordnet werden sollen. It's not easy to see how the words should be ordered. Und eine Methode ist, lange die Grammatik studieren und lange die ganzen Regeln auswendig zu lernen. Aber das ist wirklich nur nützlich zur Überprüfung. It's only good for checking, for monitoring. Aber wirklich, wenn du fließend sprechen willst, if you want to speak fluently, dann wirst du das nicht schaffen, indem du ganz viele Regeln auswendig lernst. You will not achieve this by learning a lot of rules by heart. Denn diese Regeln werden dir nicht schnell genug in den Kopf kommen und du wirst sie nicht schnell genug anwenden können, wenn du sprichst. Those rules won't come into your head quickly enough and you won't be able to apply them quickly enough. Und wirklich die beste Methode, wie du die Grammatik lernen kannst und die Satzstruktur The best way how you can learn sentence structure ist, indem du ganz viel Deutsch hörst und einfach imitierst. By learning a lot of German and imitate. Deswegen spreche ich die Hälfte auf Deutsch, damit du die Sprache verstehst. That's why I talk half in German, so you can understand more of the language. Und ein bisschen auch Englisch, damit du weißt auch worum es geht, worüber ich hier rede. A little bit of English, so you understand what I am talking about. Aber ich spreche Deutsch mit dir jetzt, damit du lernst, wie die Satzstruktur ist. Wenn du dich also fragst, wie ist die Satzstruktur, dann schau Videos wie diesen. Watch Videos like these. Schau dir dieses Video an, schau dir die anderen Videos auf meinem Kanal an und dann wirst du rein intuitiv lernen, wie die Satzstruktur ist. Watch this video and the other videos on my channel and you will learn intuitively how sentence structure works. Ich hoffe, das hat geholfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020